Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe gesehen, ein neuer Icon4 Vlog ist online und da dachte ich mir, da gehen wir zusammen rein. Wir laden elfjährigen Jungen ein und er rappt mit Icon4 Künstlern. Okay, ich bin gespannt. Wir gehen rein. Video ist natürlich verlinkt. Let's go. Ist auch süß extra vorbeigekommen, um die ganzen Teilnehmer zu sehen. Komm, wir bringen dich mal rein. Komm. Wirklich? Bring dir das mal rein. Hier, Tano. Erstmal hier, komm, geh mal rein. Komm, lauf mal durch. Komm, lauf mal komplett durch gerade. Moin, Jungs. Da aus. Geradeaus, geradeaus. So, ich habe hier einen Freund. Ey, Colin, ich habe hier einen Freund vor. Colin juckt einfach gar nichts mehr. Er ist extra nur für euch gekommen. Was glaubst du, der beste Bruder? Nur für euch. Ich vergrüße die. Das ist ein G. Wie heißt du, mein Bruder? Justin, Justin ist ein G. Justin ist ein G. Jetzt extra für Justin ein Song drauf. Komm, live performance. Live performance. Baby, ey. Bruder, ich glaube, für Justin ist das schon was Riesiges gerade, diese Icon 4 Künstler zu sehen. Das kann sein, dass das für, in seinen Augen jetzt so richtige Stars so sind. Weißt du? Komm, wir sind extra für Justin. Ich mache jetzt extra für Justin. Ich spüre keine Liebligen. Motos kann es ja gleich machen. Ich spüre keine Liebligen. 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 Bruder, du wackelst, der fühlt, macht direkt Reaction-Kanal. Wackelt gut mit dem Kopf. Ich spüre schnell, ich spüre schnell. Es klappt mir zu hart sind. Ich spüre Krise. Bruder, diese Welt hat keinen Liebligen. Ich spüre keine Liebligen. Justin, wer ist der beste von Icon gewesen? Also ich spüre euch ehrlich, Sunny war meiner Meinung nach der Beste. Eeeh. Das sagt der nur, weil du hier stehst, Sunny. Ich glaube, es wäre etwas anderes. Ich bin ehrlich. Der meinte gerade Sunny war der Schlechtste. Ich bin so nervös, aber vor allem Mogli ist da. Das ist sehr krass. Wäre ja schon ein bisschen süß, wenn er so sagt Mogli ist da. Keine Ahnung, ich komme gerade das erste Mal hier nach München und Gladbach rein. Mein Papa wohnt hier, ich wohne eigentlich woanders. Der arme Vater, er dachte so, mein Sohn kommt nicht besuchen, Sohn geht nur für Icon 4 dahin. Der muss er jetzt sein, Wallah. Ich küsse den Herrn. So, Jungs, ihr müsst mir einen Gefallen tun. Hier ist jemand extra aus einer anderen Stadt nach München-Gladbach gefahren. Nur um euch zu sehen, der Süße, der kann es kommen, um uns alle zu sehen. Was geht ab, Kleiner, Mann? Alles gut? Ich bin auch Kleiner, Mann. Alles gut? Komm, komm, was ist los? Das hier sind die Wilden. Das hier sind die Wilden. Der kommt gar nicht auf sein Leben klar. Hey, Mann, wie geht's dir, Bruder? Der arme dachte, ich kann noch alles... Was denkst du? Ich sag 14. Boah, auch viel jünger. Von wem bist du denn Fan? 11. Sag Wallah, du bist 11. Wallah, stopp, ich hab ihn gehalten. Ich hab ihn gehalten. Ich hab ihn gehalten. Ich hab ihn gehalten. Ja, 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 ja. Stopp, 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 stopp. Was ist dein Lieblings-Track? Stopp, stopp. Warte, stopp, stopp. Der arme, der ist jetzt ganz überfordert. Ich kann das nicht, Bruder. Welchen kannst du? Welchen kannst du? Welchen kannst du? Ich kann allgemein nicht rappen. Nein, egal. Welchen Track? Was ist dein Lieblings-Track hier gewesen? Äh, mein Lieblings-Track? Da kann die, ne? Ja. Äh, ich bin, warte, ich feier dich auch. Ich feier dich auch. Ah, ich feier dich auch. Dieses Auge ist schlimm. Du bist eigentlich auch gut, Bruder. Warte, ne? Eigentlich, Sonny ist der Beste. Oh. Sonny ist der Kaffee. Ja, aber kannst du einen Track von Sonny? Sonny macht brrbrrbrr. Was ist mit Krankenbahn? Was ist mit Krankenbahn? Was kannst du am einfachsten? Der Einfachsten. Wir machen das genau jetzt. Krankenbahn. ich habe bis jetzt immer so alle gesehen nach icon aber bobby hat man nicht mehr mit denen allen gesehen kann das sein das schutzgeld aus letzter woche ist noch nicht angekommen wie heißt das sind du hast jetzt die möglichkeit mit mogli was zu performen vor kamera er sieht aus wie ali hassan weiß er also justin der waller sagt hast du ein text hast du auch ein biet also so weißt du machen ja das ist ein bisschen egal egal wir machen auch ganz locker ist doch egal ja denkst du was wir sagen stabil ich dachte das jetzt ein ganz schüchtern da und was weiß ich was der krieg kein wort raus der labert so als würde der drei jahre mit denen im studio sessions machen was ist das denn die ausdrücke so lange nicht kalien sagt alles gut bruder 100 prozent unterschreibe ich diesen satz von ihm 100 prozent abzeichen 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 ja stimme ist ja stimme ist bisschen auf cringe weil der ab der bruder ist erst elf aber bruder der rappt besser als keine ahnung wie viel prozent der rapp hat es geht im freestyle und diese person hier links direkt muss die person da sein bruder er war so übermotiviert hat das mic geschnappt und dann kam nichts bei raus was was Geil! Ich auch jetzt, Motherfucker, bin der Gott und du ein Käse, da ist es schlecht, was du sagst. Eik in 4, Schreibpapier, ich stehe allein, stirbt niemals mit meinen G's, ich hab mein Affi an der Seite. Und Sanru, halt den Mund und sei mal bitte. Leise. Ey, Sanny, du bist dein Liebling, du bist dein Liebling. Kannst du noch mal diesen Doppelteil, den ich mache mit meinem Text. Da macht die ganze... Komm, Finale. Komm, Finale. Komm, Finale. Mach mal diese Katze da rein. Für alle, den Mund, denn ich komme, den ich gucke. Der ist so lange, der ist hart. Aber ich probier den jetzt zu machen, okay? Für alle deine Member, denn ich komme, denn ich sit hier überrolle, deine gambe, lege Bande, mit einem Pornamera, Britta, dann besonders über deine Bani, Popo, meine Moku, umverfolge, meine Träume, bis zum Limitkiller, alle meine Gegner, meine Söhne, meine Fälle, jede Ratte, jede Note will mich ficken, aber keiner kann mich ficken, leider voll das Magazin, in meiner Wofenballer, über 100 Bullets auf die Szene, jede Kini, Bini, Rapper, Wander, Nomo, an der Single... Siehst du? Du verstehst jedes Wort. Du verstehst einfach jedes Wort. Also gebe ich Gas und ich schumme den Thron. Hey! Ja, genau. Was macht der? Rappt der jetzt Krankenwagen? Dein ist auch krass, auch. Dieses auch ist immer, das tut weh. Du bist auch nicht schlecht. Okay, so, okay. Ey, warte, warte, warte. Das Mikrofon ist aber nicht so krass. Egal, egal. Warte, warte, warte. Hey, am Ende, ich verkacke mich. Hallo, ruhig. Free M immer noch. Was sagt Free Co immer noch? Free Co immer noch. Free Co immer noch. Free Co immer noch. Free Co immer noch. Geil. Free Co immer noch. Free M immer noch. Free Co immer noch. Free Co immer noch. Free Co immer noch. Das ist auswendig. Wie geil das ist, dass jeder den Text kann. Ich fühle das irgendwie gerade voll. Ich finde das irgendwie gerade richtig cool. BZ muss, ähm, bei Krankenwagen 2 muss er auch dabei sein. Digga, der hat das auch auswendig gelernt. Diese Stelle jetzt. Uh! Das ist, glaube ich, das gehypteste Ding, ne? Ja, ich weiß, ne? Bobby Van Dam, Ronaldinho ist, glaube ich, Platz 2. Ich glaube, Ronaldinho ist 2 und Krankenwagen ist 1. Was jetzt von Icon 4 Hype betrifft. Also, ich meine jetzt die Songs, ich konnte keinen Satz bilden. Perfekt. Das war süß. Ich gebe dir eine Tasche. Die Leute mit diesem Alter-Schuh überholen uns. Wenn du das Double-Type fährst, ne? Du musst immer so machen, mit einem Bein. Und so mit Finger. Die Maschine muss auch sein. Und du musst immer so machen. Dann musst du immer so machen. Äh, kurze, Chef! Ja, genau. Kurze, schäle, Hasan! Ja, genau! Was? Warte, ich hab's hier! Ich, oder? Auf der Bühne licht die Hände eben! der blog dreht sich zu 90 prozent um dich also wenn du jetzt nein sagt dann haben die jungs ein video material von zwei sekunden irgendwann die tage nachquatsch der macht immer 40 witz du darfst du nicht böse nehmen das ist schon ein alter mann minimum und du ihr weißt ich seid icon 2 der hat auch ein track hast du nur kurz unsere flachs Die Welt ist krank, genau. Danke. Das war auch so eine geile Performance von Bob, Gitano, Obby, ich glaub Mowgli, ich glaub Kenan ganz kurz, es war auch eine sehr geile Performance. Sie wissen, dass die Platte Gold wird, du hatest meine Mucke, besser dann entfolg mir. Ich glaub für den Kleinen war das schon so, der trifft so jetzt Stars, weißt du? Ich glaub für den war das ein sehr, sehr besonderer Tag, sehr schöner Vlog, sehr, sehr schöner Vlog. Checkt BZ und Emre ab, hat mir wieder sehr gut gefallen. Icon 4 Vlogs, ihr wisst Bescheid. Ey, das war's mit dem Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen, das war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.